ARD Text im Auftrag von Funk Yo, hallo Leute, hier ist euer MRC Let's Play. Ja, es geht... Sorry dafür. Weiter mit dem Classic Mode mit Miller. In der Jade Creek Stage. Okay. Groß Atemraum, das wird jetzt erstmal noch nicht passieren. Ich sagte, außer dass ich mal wirklich... Einzige, was ihr vielleicht mitgekriegt habt. Oder nicht. Na, ich habe auf Easy auch gestillt. Letzten Part habe ich es nicht gemerkt. Selbst in Easy Mode regeneriert sich die Energie aber nicht so schnell. Casual regeneriert sie sich sehr schnell. Und du machst mal einen Abflug. Komische Vieh. Das ist mir vielleicht auch eine kleine Hilfe, weil... Ihr seht ja selber, wie viel Energieeinheiten Miller hat. Und... Pullen! Autsch! Nimm das! Extraleben vor der Willen, yeah, let's do this, BAM, POTS, okay, my targets, okay, Yeah! Okay, yes, that's it, okay, Und ein Blasenschild Bats Weg mit dir Abschaum Oh, das ist schon mal gut Das ist weniger gut Okay Meine Güte Stell mir an Gut Jetzt dann warte rühm Nächster Bats Gut, weiter geht's Kanonen werden erstmal gekonnt Ignoriert Au So Und Weiter geht's Misty Du warst uns im Weg Gut 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 Ich denke mal Müller wird den gleichen Boss kriegen Ja, mit Boss Ja. Ich denke mal Okay. Missed. Und ich hab schon den Easy-Mode drinne. Und das hat schon seine Gründe, warum ich den Rennen nehmen habe, den Schwierigkeitsgrad. Okay. 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 Geschafft. Verschwinde 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 U-Boote, das ist ja eine mega lange U-Boote hierbe langgelatschen Ah, der Feuerschild, der hält nicht im Wasser Musst man ja kennen aus Sonic Cut Ouch Cut Er hebt uns noch mal extra Kristalle Musik wird ausgeblendet Ja, und da gibt es gleich den ersten, den, den Boss Wahnsinniger Musik 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 Waaaiiii Nugget! Das ist auch Pultart! Jawohl! Na gut! Ah, gut. Geschafft! Gut, und dann jetzt mit der nächsten Stage weiter. Wie gesagt, Classic Mode, zwei Stages. Okay, Müller kriegt auch Trap Hideout. Ah, die Musik ist genial, wie gesagt, von Trap Hideout. Ow! Gut. Oh, und ich lauf hier direkt in den Laser. Ich tapp! Ah, wir kriegen ja gleich ein extra Lehm. No, no, no! Oh, oh! Mist! Böse Falle! 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 Das die Energie nehme ich ganz daun, regeneriert sie sich nicht mehr, gerade mitgekriegt. Das ist aber nur ein Easy Mode, so. Also, Casual Assassin, immer 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 so. Casual Assassin, immer so. Casual Assassin, immer so. Ha ha! Ha ha! Gut. Gut... ...kriegt ihr mit Einschlag fertig. Gut... Bei Targets! Missed! Missed! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gotts 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich muss mich gerade fett konzentrieren. 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 Wie gesagt, falls nicht einen Daumen hoch und einen netten Kommentar dazulassen und an alle neuen Zuschauer, wenn euch meine Art zu Let's Plane gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen. Okay, und nochmal... Das ist aber das letzte Mal. Nochmal besten Dank an den guten Jeseck für dieses Intro. Okay, rein gehauen. Das ist doch Langsatz. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018